Los geht's hier, Last Man Standing, Leute, eins gegen eins. Willkommen zu einer Folge Last Man Standing, wir haben es eh nicht schon nicht gemacht, wir werden passend zum Wochenende in Belgien an den Start gehen und Siri wird uns eher verraten, mit welchem Auto und auch mit welchem Fahrer wir fahren werden. Sag mal eine Zahl zwischen 1 und 10. 1, wir dürfen Red Bull nehmen, abonniert auch unbedingt gerne den Channel kostenlos und lasst gerne einen Daumen nach oben da, falls es mir ein Video gefallen hat. Und ich habe auch euch Bock öfters mal solche Challenges zu machen und schreibt auch gerne eure Ideen in die Kommentare und ich freue mich wirklich extrem. Sag mir eine Zahl zwischen 1 und 2, jetzt wird es interessant, ob es bis jetzt ist. Ach doch Päris, egal, es ist trotzdem weiter vorne Startplatz, ich mag die restlichen Einstellungen nicht und wir sehen uns dann dort. Wir sind in Spaprookus und ich freue mich extrem, denn wir starten jetzt. Wir starten in unserer ersten Last of First in Formel 1 23. Let's go, alles ist erlaubt, no rules, Frühstart, on. So, uh, Georgi wäre von der Pole gestartet. Wir haben zur Erklärung, oh mein Gott, drei Leben, ah nein, wir haben fünf Respawns, also sprich, wir haben sozusagen fünf Leben. Und jetzt gucken wir mal, was mit Checo drin ist. Ja, das Auto ist jetzt schon ein bisschen mitgenommen auf jeden Fall, aber wir fahren hier nur auf Schwierigkeit 30 oder so. Das ist, glaube ich, scharf. Nein, ich wollte ihn hier da reindrücken, scheiße. Ja, Leute, das ist interessant. Mann, das ist natürlich immer dumm, wenn einer vorbeifährt. Hier machen wir jetzt mal den Verstappen im Same Racing. Oh mein Gott, okay, der ist jetzt, der ist jetzt mal weg. Max ist weg. Das war gar nicht gut, das ist auf jeden Fall meine Schuld. Ja, dümer kann man sich, glaube ich, nicht mehr anstellen. Ja, das war echt ein toller, ein toller Move hier, gut. Carlos Sainz ist weg, oh mein Gott, mit dem neuen Schadensmodell. Ist das so einfach? What? Lou ist auch weg. Ich glaube aber, jetzt machen wir uns einen coolen Spaß hier draus. Er hat einen Respawn erst. Ja, vielleicht hier rechts. Ja, das ist dumm gelaufen hier. Ja, das ist dumm gelaufen. Egal, lassen wir die zweimal ziehen. Wir haben nur noch 17 Leute übrig, also 16, wir sind ja auch einer. Ja, aber mit der Lenkung hier wird es ziemlich schwierig werden. Egal, wir probieren es weiter. Ähm, das ist echt... Sparfunko ist schon eine geile Strecke vor, really. Ich liebe sie. Ähm, natürlich unfassbar gefährlich. Ja, die Seitenkisten haben ordentlich was abbekommen. Ja, da ist alles kaputt. Alles dunkel, gelb und granschlich, also das ist schon... So. Boah, die geben dem Pendler mit. Halleluja. Hä? Im Busstop schicken wir einen weit. Das sag ich euch nicht, ey. Weiter? Nein, das geht nicht. No way. Nein, 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 nein. Wir gehen zurück auf die Strecke. Das ist kein Respawn, oder? Also wir haben bis jetzt einen Respawn verbracht. Und da ist auch Lance Twirl draußen. Warum ist Magnussen so... Also, der hat doch noch einen Flügel, oder? Doch, der hat einen Flügel. Ja, der ist zwar abgehoben, aber das hat jetzt nicht viel gebracht. Das ist nicht so schön, wie ich mir das Ganze gedacht hätte. Also, Rouge wäre auch ziemlich geil. Das lasst uns probieren. Das lasst uns probieren. Nein, nein. Wir müssen den hier irgendwie hinten halten. Der ist ein bisschen sehr lästig. Jetzt auf Rouge lassen wir uns ein bisschen den Gedanken, dass uns der überwohnen kann. Und jetzt hier rein mit dir. Ja, das war ja ziemlich gut. Das war ja ziemlich gut. Den zweiten Respawn, den nehme ich mit. Da sind es nur noch drei. Das ist gar nicht so schön. Aber, ja, wir probieren auch hier unseren Spaß zu haben. Ja, das ist halt wirklich schwierig, den hier rein zu drücken. Ja, das... Er will nicht. Er will nicht. Kann ich dich nicht verüben. Logan war schon in der Box, oder? Schaffen wir das Gleiche, wie bei Max vorhin? Nein, der ist zu früh an der Bremse. Ja, das ist natürlich dumm. Kevin auch draußen. Nein. Und tschüss. Komm. Ist er draußen oder nicht? Da bin ich mir nicht sicher. Nein, ich glaube aber nicht. Äh, scheiße. Das ist nicht gut. Aber jetzt fangen wir mal an. Denn keine Zeit vergessen. So, Fernando, komm vorbei. Komm, 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 komm. Ja, come on. Diese KI ist so dumm. What? Ja, das ist gar nicht gut. Aber ich glaube, das war jetzt nicht unsere Schuld. Unbedingt. Ja, da gehen wir nochmal hier rein. Ich lasse mal die zwei noch stehen. Die drei, die wir noch haben. Ja, Mann. Jetzt probier doch mal was erst. Allo, rollt hier. Das ist gar nicht schön. Komm, vor den Zug. Oh, mein Gott. Den hat es ausgehobelt. Ja, den hat es ausgehebelt, nicht gehobelt. Okay, da fährt mich halt eh keiner mit einem Flügel, oder? Nein. Kein anderer sowieso nicht. Der lässt uns hier eh vorbei, genau. Ein Flügel ist es halt auch eine Sache. IA ist so broken wie sowieso kaum. Denn das benutze ich ja einfach gar nicht. Nori ist schon da ganz vorne. Jetzt aber mal an Esteban Ocon dran. 15 Leute sind wir noch. Und ja, 14 Gegner noch. Also. Ja, das wird nix. Ja, so fliegt. Unser linker Reifen hält alles aus, Leute. Alter, Square News draußen. Was für ein Move. Der Heckdiffuser ist kaputt. Okay, ja, das juckt mich jetzt nicht. Solange wir noch fahren können, ist alles okay. Nori lassen wir mal sein Rennen fahren. Der muss ich irgendwann in die Box, also den lassen wir einfach überrunden. Und wir halten hier mal die anderen ein bisschen auf. Jetzt wird es nämlich spannend. Wo kann man am besten eine Massenkarren plaschen? Esteban schon wieder. Oh, okay. Das hat ganz schön gekraut, Leute. Das ist meine Schuld. Da sind es nur noch zwei Leben. Das war gar nicht so, wie ich mir das Ganze vorgestellt habe. Also, dass der mir alles runterreißt, das hätte ich auch nicht gehabt. Der rollt einfach aus. Und bye-bye, Esteban. Da kommt Alexander. Ja, der hat ein bisschen... Ja, Piaztroi hat es ein bisschen gut gemacht. Also, das war nicht schlecht. Die McLaren-Jungs auf Zack hier. Kann ich auch diesen Move hervorsehen. You want to see a magical trick und dich, die dude fahren in die Mauer. Eins, Kiesbett. Das hat er gut gemacht. Jetzt aber diesen Trick, ob er den hervorsehen kann. Okay, das war eigentlich ein weird Move. Pass auf den Hack-Defusor auf. Er hat ein bisschen was abgekriegt. Oh mein Gott. Was für ein... Was für ein Genius-Move. Guck dir das mal an. Hier... Will er einfach vor... Hier will er vorbei. Komm nicht vorbei. Er geht hier rein. Geht zurück. Reißt den... Oh mein Gott, Leute. Was für ein Move. Jetzt geht es weiter. George Russell jetzt hinter uns. Okay, das war einfach. Das war sehr einfach. Jucki auch draußen. Neun Leute. Und da hinten geht es jetzt richtig ab. Ich glaube, da ist eine kleine Massenkarambolage. Hier im Bus Stop fangen wir die Leute jetzt mal zusammen. Denn ich muss auch ein bisschen noch abwarten. Ja, alle uns bleibt hier einfach stehen. Fernando ist draußen. Und jetzt fangen wir alle mal ein bisschen so zusammen. Die Lasur ist stark beschädigt jetzt schon. Jetzt müssen wir echt aufpassen. Denn da können wir auch technisch ausschärten. Und ich habe nur noch ein... Nein, ein Leben habe ich nur noch. Also... Nein, zwei. Einen habe ich noch. Also ich gehe davon aus, dass es nur noch ein Leben ist. Und die sind jetzt alle hinter mir. Walter Rich James. Bitte, come on. Bitte pass auf, man. Bitte, come on. Und zurück. Nein, schade, 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 schade. Ja, Nick ist jetzt mal weg. Tschüss, ab in die Formel hier wieder mit dir. Er ist sogar noch in die Mauer reingefahren, der Arme. Ich glaube, Bottas wird das nicht mehr lang mitmachen. Denn der Crash war echt hart. Also das war nicht mehr schön für ihn. Ja, jetzt warten wir mal ein bisschen hier ab. Denn die zwei sind Schleicher. Beide irgendwie Probleme, oder? Hatten beide keinen Flügel mehr. Ja, Valtteri. Er gucke ich nach hinten und macht jetzt fast den Grußschau in der letzten Runde. 2018. Also der ist jetzt auch... Oder es war, glaube ich, Kim oder so. Jetzt geht's drauf hier. Nein, es hat funktioniert, Leute. Es hat funktioniert. Danke, Valtteri. Du bist echt ein guter Schatz hier. Und jetzt machen wir Valtteri tot. Mondtot wurde schon bei Mercedes gemacht. Jetzt machen wir noch das Auto kaputt. Leute, 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 Leute. Genauso wollte ich das. Das ist geil. Das ist so mega geil. Boah, der Freak dann weg, Alter. Aber wie? Sack. Man muss aber auch natürlich sagen, er war schon durch diesen Murf hier tot. Und ja, durch den wurde es nicht viel besser. Ja, Leute. Und jetzt wird es ein langes Wart. Achso, da kommt noch einer. Da kommt noch einer. Das ist... Wer lebt hier noch? Der Heckdiffusor wurde schwer beschädigt. Der ist auch draußen. Nein. Einer... Nein, der staut sich da hinten. Ja, ich muss jetzt ein bisschen langsam tun. Wir müssen jetzt abwarten und dann, bis uns dann Norrie verrundet, sozusagen, müssen wir jetzt abwarten. Stand zum Auto hinter uns. 7,4 Sekunden. Gut, der hinter uns, der wird uns jetzt gleich einholen. Der vor uns. Ja, der braucht noch ein bisschen. Da müssen wir jetzt echt aufpassen. Der Heckdiffusor ist schwer beschädigt. Nico Rülkenberg. Ja gut, den hatte ich nicht beim Schirm. Der sollte aber auch jetzt keine Probleme hier haben. Hier würde ich so gerne noch einen reindrücken. Aber ich glaube, das schaffen wir nicht mehr noch eine Runde. Wir probieren... Was ganz anderes. Wir probieren hier was ganz, ganz anderes. Und zwar... Okay, die Box ist so weit vorne. Ja, dann nehmen wir jetzt den letzten Respawn auf uns. Das ist natürlich dumm. Ich würde sagen, wir splitten den letzten Respawn in die Versuchsbildung hier. Ich würde nämlich hier gerne rechts sagen. Das ist zu knapp. Das wird nicht funktionieren, Alter. Ja, das hat nicht ganz funktioniert. Nein, das ist zu knapp. Also früher war die Mauer weiter vorne. Da war es possible. Aber dann probieren wir es eben links. Das ist noch immer noch partletzter Respawn hier. Ja, gut. Das war zu basic. Das ist okay. Jetzt fehlt uns nur noch der letzte Mann. Es ist... Landon Norris, glaube ich. Da müssen wir noch ein bisschen warten. Der ist erst jetzt passend ab. Jetzt blanche ich mal. Jetzt passend ab. Also da müssen wir noch ein bisschen warten. Ähm... Le Compeste jetzt hier. Ich finde natürlich jetzt... Ja, lasst das mal warten. Los geht's hier. Lasst mal uns sein, Leute. Eins gegen eins. Landon ist gestorben. Und wir haben es geschafft, Leute. Wir haben es geschafft. Wir sind der letzte Mann, der stehen geblieben ist. Landon Norris guckt uns ja ganz betröppelt an. Aber wir haben es geschafft. Abonniert auch nicht gerne den Channel kostenlos. Lasst gerne, glaube ich, noch oben da. Wir beenden das Ganze mal. Wir werden nur zweiter... Ähm... Als zweit gewertet werden, weil eben Landon eine Runde vorne war. Dennoch freue ich mich extrem. Nein, wir sind ja der Einzige, der nicht... DNF ist, oder? Ich bin mir nicht ganz sicher. Egal. Wir wissen es. Wir haben es geschafft. Abonniert unbedingt gerne den Channel kostenlos. Lasst gerne ein Minum da. Und bis uns hoffentlich morgen und übermorgen wieder hier. Oder auf 10 Tag später. Und ciao. Ciao. Das war's für heute.